Die Gesichtsverschmälung bei einer jungen Patientin, wo wir schon die Freundin behandelt haben. Gerade bei asiatischen Patienten achte ich darauf, dass wir hier ein natürliches Ergebnis haben. Sie wird weiterhin ganz normal ihren Alltag verbringen, aber das Ergebnis denke ich wird ein sehr schönes sein. Das kennt sie von ihrer Freundin.